ich muss noch ein screen 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 bild von meinem mario design hier noch machen damit ich das für mein thumbnail benutzen kann dafür muss ich aber erstmal irgendwie so eine green screen rom irgendwie mir holen und dann ist dann noch mehr arbeiter wird wird hoffentlich kein problem sein was mache ich wo ist der kack noch mal war hier wo ist der scheiß hallo schei geil wo ist der kack war das natürlich mario ich habe keine zeit wo ist der scheiß wo war das war es nicht hier weil hier war doch der scheiß da ist es ja wohl perfekt also ok jetzt wird's wirklich schwer jetzt brauche ich wirklich wahrscheinlich selbst jetzt und zwar wir müssen jetzt passt mal auf jetzt müssen wir und hier mit unserer pegasus power die runter sausen wie ein verrückter sack aber auch nicht zu arg verrückt hallo mario ganz ruhig mario bitte ja danke da war jetzt eine unsichtbare wand kannst du jetzt aber bitte mal aufhören kurz ein paar sekunden nicht so der abzuspacken ok moment ok moment stop 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 halt stop ok wir machen das jetzt so wir brauchen eh das hier also wir machen jetzt ganz leicht und jetzt müssen wir unter die platte nicht gegen die wand ok und zwar müsste jetzt hier irgendwo so ein teil genau hier scheiße packen wir nicht scheiße verdammt gut auf ihr wisst was wir machen müssen und zwar müssen hier und sondern pilgasus power nein aber nicht so weit runter ok ok ich habe zu viel spaß kann mit dem ding ok das ist jetzt gefährlich dass ich jetzt nicht selbst machen ich mache es einfach weil ich doof bin aber so viel zeit sollten wir eigentlich nicht für das hier gebrauchen weil verbrauchen gebrauchen war sommer nein 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 ok das war jetzt schön das war sehr schönes ende sehr gut versteckt der stern genau egal ob wir den eiskristall teil haben jetzt abgeschlossen ist glaube ich müssen aber wirklich die zweite welt wieder weil ich glaube das haben jetzt alles 100 prozent deutsch mal glaube ich denke ich oder sind sie noch andere welt ich weiß es nicht haben wir den haben wir den tod da oben gemacht weil ich habe ich wir sind wir sind wahrscheinlich jetzt schon bei mehr als keine ahnung wie viele parts auf jeden fall mehr auf jeden fall bei mehr als 20 parts im auf jeden fall jetzt und da ich meine des plays von diesem spiel jetzt nicht mehr angeguckt hat so lang okay ich gucke ja und die wirklich großartig an aber ich könnte es eigentlich machen habe ich keine ahnung was genau ich getan habe und was genau nicht daher ja also blumengarten hammer das hammer genau das haben wir nicht das wollte ich ja machen das war ja mein plan das war ja mein blöcke des teufels danke ja mal ich weiß was ist hier also hier eine rote münze okay gut blöcke des teufels ich glaube ich weiß was das ist ich glaube das haben wir schon mal gemacht aber das kommt und wenn man konnten wir das nicht machen weil man den unsichtbar dinge nicht haben ich weiß Gott leute wie gesagt ich habe keine ahnung was wir haben und was wir gar nicht haben auf jeden fall was ich wieder nicht habe ist die kamera die kamera wieder enden müllte richtig hacken können schlecht egal auf jeden fall ja ich weiß nicht konnten wir das nicht machen ich weiß es nicht mehr was zur hölle ist das jetzt moment mal stopp halt stopp jetzt spack so besser man ist erschreckt versaut das machen gleich noch mal erst mal kamera drehen ok jetzt da 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 hat das gehabt und wenn ich jetzt hierhin stünde geht es da und das problem ist ja jetzt ich habe keine ahnung ob man das unsichtbar kaps kapsen genau und sieben kappen den günstiger haben keine ahnung oder wahrscheinlich kann man das erst später machen oder ich habe keine ahnung wie gesagt ich habe noch lange nicht mehr ja muss ja schon gucken wie du doch haben wir perfekt aber haben wir den was das ist echt der war das ich bin voll verwirrt ich weiß gar nicht mehr wann man was gemacht haben war gerade die kappe rot war gerade die kappe rot war gerade die kappe rot ja okay die kappe war rot gut okay aber ja na gut egal auf jeden fall ich kriege hier meinen stirn hauptsache ich kriegt mein stern und hauptsache ich krieg konflikts keine ahnung blöcke die steufel die teufel so wird auch gleich zum teufel ich weiß nicht was ich labern soll leute ich habe echt keine ahnung ich habe einfach morgen bullshit immer daher vertrete warum kannst du nicht irgendwie als gast kommentator dabei sein ach gruselige rote münzen und kann vertrete niemals gast kommentator dabei sein ich möchte so gerne mal als gast kommentator dabei habe ich hier 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 okay jetzt muss man auch rote münzen sind ja ich mache komische seltsame geräusche während ich irgendwie spiele ich glaube da muss ich erst mal gerade nicht hin und da habe ich die hundert warum mache ich eigentlich nie die acht roten münzen mit den 100 münzen und bin ich nur so hirnlos da drüben ist eine rote münze darf ich mal hier vorbei dankeschön aber jetzt schon mal zwei da unten habe ich eh noch zwei gesehen da am fluss das durfte aber eigentlich salami schinken sein die brücke glaube ich da kann ein bisschen salz im haus verdammt dann machen wir es halt so da war scheiße was mache ich das mache ich achte scheiße egal ja das hat ja schon mal funktioniert was wie deshalb warum was so wollte ich es doch machen eigentlich kam sollte man das glaube ich mir mit der schildgräute machen wo es sich irgendwo befindet genau da oben nur so ist es halt lustiger nein nur wenn ich verbrennen ist es nicht ganz wichtig scheiße geht es weiter hoch ja das habe ich überlebt guck ich bin gut okay ich mache es doch lieber mit chill weil ich möchte nicht tausend mal sterben wäre einfach besser außerdem ja das ist nicht so gesund wenn man sich ganze zeiten arsch verbrennt mit lava daher machen wir es einfach übergleichen ich speichere einfach mal speichern ja das war jetzt nicht mehr zwar noch vielleicht könnte ich für ein secret benutzen aber wie gesagt ist die kritisch das ist also ein secret stern oder sonst könnte ich bitte die kamera könnte ich eventuell die danke wir sind hier nicht bei isaac okay für die die wo als sie kennen und auch mein leichter wahrscheinlich gesehen haben die wissen dann einfach okay ich weiß wo ich hin muss ich muss darüber nein nein kamera drehen um runter zu fallen oder noch mal die kamera drehen nein 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 shit gabel geben geht nur ich glaube hier waren hier rote münzen ich glaube nicht hätte gehen weg ich gehe jetzt erstmal da den weg dann noch oben Weil da oben waren, glaube ich, auch noch Ein oder zwei oder mehrere Wie viel haben wir denn? Fünf, gut Dann hoffentlich Sind sie da oben, die letzten drei Ich weiß es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da oben Welche sind, das ist klar Ah, ja stimmt Jetzt kommt das wieder mit dem hessischen Springen hier Ah, was Ah, ich hasse es Eins, zwei, drei Ja Geist, lass mich Ich habe bessere Sachen Hockey weg Du nervös Was? Man macht schon kein Doppelsprung, du Wugel Du Wugel die Dudel Eins, zwei, drei Ja, nein Ah, okay, das geht so nicht, stimmt Das muss ich dann irgendwie mit dem Runspunkt kommen In die Bonk In die Bonk Fuck Ah Das damit Shit, also nicht legen Ich spiele nicht jetzt, bitte, okay Nicht wieder, wenn wir gerade kurz davor sind Und stellen wieder uns zu holen Ah, fuck Fuck Okay, das geht nicht Eins, zwei Jawoll Yay, wir sind gut Okay, ähm Hier vielleicht Nein Hier vielleicht Nein Okay Gut Junge Gut Joaah Danke Mal ansprechen Hallo Rote Ninsen Seid Doink 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 Fuck Doink 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 Ich hab den nicht mehr großartig berührt oder sonst was und er stirbt So, wo sind denn die roten Münzen hier, sag mal Wo sind die Gott, ich hasse mich gerade selber für meinen Kommentar hier echt Ich glaube, ich sollte einfach kurz aufhören Danach aufzunehmen, aus dem Grund, weil ich einfach gerade nicht kommentieren kann So, wo sind denn die roten Münzen jetzt ohne Witz Das ist ja da unten, bestimmt da unten, okay So, das ist jetzt der sechste, genau Und hier ist der, ah, da ist das Stein Was mache ich, was mache ich Ah, ich glaube, danach höre ich wirklich kurz aufzunehmen, weil irgendwie kann ich auch Nicht mehr und irgendwie will ich auch dann nicht mehr Naja Five nights at Freddy's muss ich auch wieder aufnehmen Ich habe ja auch noch nacht 4, aber naja, nacht 4 habe ich leider nicht komplettisiert Habe ich leider nicht geschafft, weil ich ganze zeit gestorben bin, ganze zweimal Also großartig versucht habe ich jetzt nicht Was sind denn noch hier rote Münzen? Ich hasse rote, ah, okay, hier muss ich schon mal nicht hin Okay, hier war ich hier nämlich dann Yay Was mache ich, egal, oh Gott Nein, oh man Was mache ich Ich muss rote Münzen finden Hallo Schild, weißt du, wo rote Münzen sind? Oh Oh Gott Mann, ich kann halt gerade, ich habe gerade kein 120% Skill Deshalb, ja Verkacke ich wahrscheinlich auch gerade eben tausendmal Hallo Da oben hat dann doch Ich weiß, ich passt doch nicht auf, ob da eine rote Münze ist oder nicht Nein Doch stimmt, da war eine Ja jetzt Hier war eine Was war das? Mario, bitte nicht Ich hasse dich Mario, ich hasse dich Du bist nicht Mario, du bist ich Das heißt, dass ich hasse mich Das heißt, dass ich hasse mich Bleib Sitz Mach du Sitz Nein, geh da rüber Und nimm dir diese Krall ist dir Krall ist dir Krall ist dir die 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 ist vielleicht hier irgendwas gibt ich hasse dich ernsthaft ja okay da war es okay da ist da ist er doch man ja hin ich weiß dass der stern da oben sich befindet toll dankeschön wand jetzt darf ich aber erstmal wieder nervigen weg hier hochgehen nervige wege sind nervig wie auch immer das teile gegen doink 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 keine ahnung ich möchte es jetzt nur noch diesen stern machen und dann feierabend wir haben zwar schon abend ja möchte schlafen leute dann würde ich sagen an dieser stelle war es mit supermacher 75 für heute ja ach gruselige münzen ja dann machen wir beim nächsten mal weiter wieder bei 74 wahrscheinlich morgen ich weiß es noch nicht kommt drauf an es gibt jetzt voll scheiße aber egal auf jeden fall wir sehen ich bin nächstes mal wieder stack race my friends und ja bis zum nächsten mal euer dann hat's antona bye ah Ah! Ah! Bis zum nächsten Mal.